Es ist wohl das bekannteste Zeichen dafür, dass man fröhlich ist und es wirkt auf die meisten Menschen sympathisch. Das Lächeln. Und damit herzlich willkommen zu 10 Fakten über Lächeln. Fakt Nummer 1. Sich selbst zum Lächeln zwingen kann deine Stimmung heben. Psychologen fanden heraus, dass sogar wenn du in einer schlechten Stimmung bist, du deine Laune sofort durch ein absichtliches Lächeln heben kannst. Fakt Nummer 2. Es stärkt das Immunsystem. Lächeln kann wirklich deine körperliche Gesundheit verbessern. Dein Körper ist entspannter, wenn du lächelst. Was zu einer guten Gesundheit und einem stärkeren Immunsystem beiträgt. Fakt Nummer 3. Lächeln ist ansteckend. Es ist nicht nur ein Sprichwort, dass Lächeln wirklich ansteckend ist, fanden Wissenschaftler in einer in Schweden durchgeführten Studie heraus, bei der Menschen Schwierigkeiten hatten, die Stirn zu runzeln, wenn sie anderen Teilnehmern sahen, die lächelten. Ihr Muskeln glitten von allein in ein Lächeln hinüber. Fakt Nummer 4. Lächeln baut Stress ab. Dein Körper setzt sofort Endorphine frei, wenn du lächerst. Sogar wenn du das absichtlich machst. Dieser plötzliche Stimmungswechsel wird dir helfen, dich besser zu fühlen und Stress abzubauen. Fakt Nummer 5. Lächeln braucht sehr viele Gesichtsmuskeln. Aber es ist einfacher zu lächeln, als die Stirn zu runzeln. Wissenschaftler haben entdeckt, dass sich dein Körper mehr anstrengen muss und für ein Stirnrunzeln mehr Muskeln benutzt, als für ein Lächeln. Fakt Nummer 6. Lächeln ist ein universelles Zeichen des Glücks. Während Händeschütteln, Umarmungen oder Verbeugungen in verschiedenen Kulturen unterschiedlich Bedeutungen haben, ist ein Lächeln auf der ganzen Welt, in allen Kulturen, als ein Zeichen von Glück und Akzeptanz bekannt. Fakt Nummer 7. Ein Lächeln nutzt 5 bis 53 Muskeln. Es kann deinen Körper dazu bringen, bis zu 53 Muskeln zu bewegen. Allerdings benötigen manches Lächeln nur 5 Muskeln. Fakt Nummer 8. Babys werden mit der Fähigkeit zu lächeln geboren. Babys lernen viele Verhaltensweisen und Töne durch die Beobachtung ihrer Umgebung. Jedoch glauben die Wissenschaftler, dass das Lächeln angeboren ist, da auch blinde Babys lächeln können. Fakt Nummer 9. Lächeln ist der am leichtesten zu erkennende Gesichtsausdruck. Menschen können ein Lächeln auf 100 Meter Entfernung erkennen. Damit ist es der am leichtesten zu erkennende Gesichtsausdruck. Und für diese Folge der letzte Fakt, die Nummer 10. Frauen lächeln mehr als Männer. Im Allgemeinen lächeln Frauen mehr als Männer. Wenn sie sich allerdings in der gleichen Arbeit oder sozialen Rollen bewegen, lachen sie gleich viel. Andererseits lächeln männliche Babys weniger als Mädchen. Und diese stellen auch mehr Augenkontakt her. Und damit vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Falls du weitere interessante Dinge über Lächeln weißt oder Ideen für weitere Themen hast, dann schreib sie doch einfach unten in die Kommentare. Wenn du das Video gut fandest, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnier einfach diesen Kanal. Und um keine Videos zu verpassen, abonnier einfach diesen Kanal.